Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 25. März 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1976. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Mac OS X, Warner Bros., Labor Version, Epic Game Store, OnePlus und Nomade. Ich beginne gleich mal mit Mac OS X. Und ja, ich habe es nicht falsch ausgesprochen, denn damals, genau gestern, vor 24 Jahren, am 24. März 2020, äh, äh, rechne 20 Jahre zurück, kam nämlich das erste Mac OS in den freien Verkauf. Schöne Erinnerungen, auch wenn es am Anfang noch ein bisschen eine Pain war und Rosetta nicht ganz so rosig lief, wie es heute mit der Rosetta 2 läuft auf den M1 Chips, war es dennoch ein schönes neues Betriebssystem, vor allem ein interessantes neues Betriebssystem und für mich als langjährigen, damals schon Macintosh-Nutzer, natürlich der Aufbruch auf neue Systeme, auf neue Möglichkeiten, wo ich relativ schnell den Vorteil davon gesehen habe, wobei viele anderen, die ich aus damaliger Zeit kannte, dem Ganzen noch ziemlich stark nachgetrauert haben. Weiter geht's mit Warner Bros. und der Kooperation mit dem hauseigenen Streaming-Dienst, oder besser gesagt HBO Max, wo sie ja mit beteiligt sind. Da kam, äh, kam, äh, ab 2021 jeder Kinofilm, der im Kino gestartet hat, direkt auch auf der Streaming-Plattform. Das hat ja vielen Kinobetreibern nicht gepasst und vor allem in Amerika, wo das Ganze ja mit diesen grossen Ketten und so weiter funktioniert, haben die sich auch recht stark wehren können. Nun hat man ausgemacht, dass das Experiment per Ende dieses Jahres aufhört, denn die ganze Vaccine, also die Spritze, Corona-Spritzen-Geschichte geht in den Staaten anscheinend gut voran, so dass man per April schon wieder mit den ersten Öffnungen in Kinos starten wird. Das heisst, Filme wie King Kong vs. Godzilla oder Mortal Kombat werden dann wirklich ein Battle sein zwischen Kino und Streaming. Ich bin gespannt und hoffe, dass wir bis Ende Jahr noch ein paar Zahlen sehen werden. Was auch interessant ist, dass die Sperre, welche früher 90 Tage, also ab dem Zeitpunkt, wo ihr ins Kino kommt, bleiben sie exklusiv für 90 Tage im Kino und erst dann auf DVD etc. und so weiter. Das hat sich halbiert. Wie schon viele andere Anbieter, Paramount, Universal etc., ist man weg von den 90 Tagen gegangen und wird in Zukunft, das heisst ab 2022, dann die Filme schon 45 Tage nachher in den Kinos sehen. Es gibt neue Labor-Versionen für all diejenigen, die Fritzboxen unter euch haben. 7580, 7560 oder 7530 AX. Da gibt es neue Labor-Versionen. Wer also mit der Beta unterwegs ist, updaten ist angesagt. Weiter geht es mit dem Epic Game Store. Das ist, wer vielleicht auch die letzten Tage reingehört hat, die Geschichte, wo ja unter anderem Epic gegen Apple klagt und gegen Google, dass sie ihren eigenen Store durchboxen möchten. Ich würde mal sagen, die Millionen oder keine Ahnung, wie viel Geld da reingeflossen ist bis jetzt und noch fliessen wird, hätten sie statt in die Klage besser in die eigene Software gesteckt. Denn mittlerweile gibt es wieder mal Stimmen. Man muss dazu sagen, der Store war schon von Anfang an eine Krücke und ist es anscheinend immer noch auf Surface Pro 7 Plus zum Beispiel, braucht die Software 20% der Akkuleistung, die schneller leer geht, als wenn die App nicht im Hintergrund läuft. Bei Surface Laptop 3 zum Beispiel sind es in Anführungs-Schlusszeichen nur 8%, aber diese 8% will man nicht weg haben. Und somit würde ich doch sagen, weg mit diesem Epic Store. Ne, soweit natürlich nicht, aber wie gesagt, setzt euer Fokus wieder auf eure Produkte, liebes Epic. Weiter geht es mit OnePlus. Die haben nicht nur neue Smartphones vorgestellt, sondern auch eine neue Smartwatch, die schon länger in der Gerüchteküche herumgebrodelt hat. Was soll ich sagen? Schaut aus wie das Samsung Galaxy Watch Active 2. Habe ich ein Video dazu im YouTube-Channel im letzten Jahr vorgestellt. Ist quasi eine Kopie davon. Was interessant ist, sie haben nicht Google Watch OS als Betriebssystem drauf. Das gefällt mir sehr gut. Gefällt mir bei Huawei zum Beispiel auch sehr gut. Gefällt mir auch bei Samsung sehr gut, dass die das da nicht tun. Und deshalb hält die Uhr auch bis zu zwei Wochen. Sie ist auch ähnlich wie bei Huawei. Die hält ja auch zwei Wochen und glaube ich sogar noch ein bisschen mehr. Ne, doch zwei Wochen ist es, glaube ich. Und da ist es auch ähnlich. Es können keine eigenen Apps installiert werden. Es können Push-Notifications, ein paar Features, Sportfunktionen gehen natürlich. Dennoch spannend, denn los geht es ab 159 Euro. Und ich glaube, da bandelt sie sich so ziemlich mit dem vor oben angesprochenen Samsung-Pendant an. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen Hinweis auf ein neues Video. Mein Podcaster-Schreibtisch geht ja langsam wieder voran. Ich komme da zu den ersten Geräten, die darauf kommen. Und dazu habe ich euch ein Video gemacht zu der Nomade Base Station Pro. Das ist die erste Wireless Station, die drei Geräte bedienen kann gleichzeitig. Die habe ich für euch mal ausgepackt und ein bisschen genauer angeschaut. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.